Wie heißen Sie? Ich heiße Lajal. Was sind Ihre Hobbys? Also, ich mag es eher zu singen und zu tanzen und zu kochen und zu malen. Wann fühlst du dich unwohl? Wenn ich so viel zu der Schule komme oder wenn ein Prämter mit mir spricht. Das mag ich ja gar nicht. Okay, tschüss! Tschüss!